Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Binding of Isaac. Ich würde mal sagen, wir starten auch direkt. Und der Kumpel, der mir dieses Spiel hier empfohlen hat, der hat mir auch einige Tipps gegeben. Also ich glaube, heute werde ich etwas erfolgreicher sein. Aber ich sollte auch noch erwähnen, dass er die Mutter von Isaac geschlagen hat. Ich hoffe, du bist jetzt zufrieden. So, jetzt kommen diese Fliegen. Komm, komm, komm. Oh, kein Leben verloren. Läuft bei mir. Na, nicht schon wieder so eine Puppe. Hey, scheiße. Oh, super. Windertes Viech. Was ist das für ein Ding? Okay, eine mutierte Spinne. Und was kann ich jetzt? Oh, okay, das ist geil. Ich frage mich, wie lange das geht. Scheiße, was sind das für Viecher? Die hören sich ja creepy an. Was sind das für Viecher? Alter, da können wir noch fliegen raus. Scheiße. Verpiss dich nicht. Komm her. Kämpfe ihn, Mann. Oh, 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 oh. Komm her. Ach, Mann. War anderthalb Leben, ey. Mist. Hier war ich ja schon. Aber so muss ich rechts lang. Oh, nicht schon wieder die Viecher. Oh, ich hasse die. Oh, komm. Diese Spinnfähigkeit ist echt gut. Ich musste gerade kurz was wegschneiden, wegen es hatte in der Haustühe geklingelt und ich musste dran gehen, da ich alleine zu Hause bin. Ach, nicht schon wieder der Reed Junior. Ich hatte heute ja geübt. Dann hatte ich ihn ja heute auch. Mann, 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 ey, ey. Ich bin nur einmal in der Aufnahme scheiben. Ja, komm. Ich konnte noch nicht mal fliehen. Ach, Mann, ey. Komm, jetzt aber. Ich will nur einmal in der Aufnahme einen Endboss besiegen. Ach, verdammt. Oh, pisst euch doch weg. Oh, nee, ey. Ist echt schlimm mit den Viechern. Ja, komm her. Stell dich wie ein Mann. Oder wie ein Typ ohne Kopf. Boom. Ach, Mist. Oh, wieso? Oh, Mann, ich hab schon wieder anderthalb Leben verloren. Gehen wir da durch? Nee, komm. Obwohl, so weit komme ich ja nicht. Ich bin nicht so prickelnd. Was kann man überhaupt mit den Dollars ziehen? Oder was ist so eine Puppe? Sehr lol. Nehmen wir eine Schüssel. Ach, hier können wir uns was kaufen. Ah, dafür sind diese Dollar gedacht. Ah. Okay, dann weiß ich für das nächste Mal Bescheid. Oh, 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 oh. Wie schnell ist das Viech? Ja, komm. Was ist das für ein Viech? Das Ding ist jetzt besser schneller als ich. Voll gemein. Und schon wieder Scheißhaufen. Komm her. Oh ja, läuft bei mir. Und ich hab noch alle drei Leben. Jetzt kommt der erste Endgibner. Ah, Isaac versus Skimini. Nein, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Den hatte ich erst heute. Oh nee, hatte ich doch gestern in der Aufnahme, nicht? Ich glaub schon. Hier gibt's so viele Endgibner. Wow, kann das Ding schnell schießen. Los, höhö, schießen. Äh, okay, das war jetzt extrem zweideutig und extrem flach, aber naja. Los, pisse dich, pisse dich, pisse dich, pisse dich, pisse dich. Das Ding an der Ausdauer, wie weiß ich nicht. Bin das. Stirb, 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 stirb. Ah, ach komm. War einfach nur hier unten laufen, dann kriegt man ihn. Oh, wow. Oh, die shit, verpiss dich. Ah, das ist für ein hässliches Viech. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. komm her stirbt los stirbt endboss geschafft unvolles leben was ist das stem cells ok was ist das schon wieder zweites level ok ich frage mich was die entwickler gedacht haben als sie dieses spiel gemacht haben ach ich habe ja noch eine bombe muss ich auch irgendwann ach scheiße ich hasse spinnen los loslegen wir eine bombe natürlich niemanden hat es erwischt los kommt ja kommst du spinne ja ach man dann gehen wir nach unten und nach rechts rechts ach verdammt ach man macht bestimmt mit diesem kind mehr schaden so habe ich das gerade so das gefühl oh ne bombe ja schlussler haben wir ja nicht aber dann können wir uns das ding jetzt in der mitte holen nicht oh bin ich geil nein spaß äh zwölf sterne was ist das für ein raum ich weiß es nicht das blut drin und er auch nicht nehmen wir jetzt links lang oh oh nein weg mit euch ich habe euch nichts getan ihr könnt es ja auch diplomatisch lösen aber dieser isaac der ist ja vor seiner mutter geflohen ähm und dann gab es diese tür unter dem teppich aber was hat er unter seinem zimmer das ist doch pils hier boah ich bin heute echt weit gekommen achso man kann nur eins nehmen ja was soll ich nehmen ja äh ich weiß es nicht nehmen wir die pille 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 nein spaß feuer ok ne puppe oh endboss schaffen wir es in level 3 mal gucken dieses Viech hatte ich heute als ich geübt hatte ja wieder eine runde laufen einen besseren plan habe ich nicht ha komm es klappt diesmal viel besser wow wow verschwinde digger Mistvieh ey eine radioaktive spinne boah boah ist hier viel drin was ist das ein extra leben ok eine rote oder eine blaue pille lol egal lassen wir die einfach was ist das ich weiß es nicht drittes level yay was sind das für beine ist ja unmenschlich links oder rechts rechts ich komme da rüber ja anscheinend ja gar nicht pfff ok wegsprengen kann man das auch nicht oder kann man das wegsprengen weiß ich nicht ich will die bombe jetzt auch nicht dafür verschwenden oh nicht schon wieder solche Viecher ey wie kann man sich solche Viecher ausdenken ich verstehe es nicht los stirb ich frage mich was das Viech gegessen hat fliegen wahrscheinlich fliegen eier nicht ba du ach ich habe zwölf soll ich mir ja kommen kaufen leben ja das könnt ihr jetzt gebrauchen hier gibt es sogar eine Karte ich wüsste was das ist kauf mit so einem Schlüssel weiter gehts ich frage mich wofür wie man die Dinger hier benutzen kann ich habe keine Ahnung dann gehen wir mal weiter oh ne wie kommen wir jetzt da rüber ich lege einfach mal ne Bombe aaaaah so kommt man hier weiter ok ach verdammt was sind das jetzt schon wieder für Viecher ach Mist ey in ne Ecke stellen und schießen bringt nichts los los sowas will ich nicht als Haustier haben cool jetzt haben wir zwei Schlüssel gehen wir weiter nein oh man die Dinger können anscheinend nicht beißen oder wir können ja ein Leben abziehen ich weiß es nicht ich will es auch nicht ausprobieren wie kommen wir ja letztes Viech ach ne wo muss ich her kommen ach ein halbes Leben gut aber ich habe ja nur Schlüssel was ist das schoko äh schokoladenmilch lol und was bringt uns das ich habe wirklich auch kein Wider keine Ahnung ich sollte mir mal Wikipedia hier nebenlegen pep was ist pep what the die Kugeln sehen ja jetzt scheiße anders aus wieso erinnert mich das Ding an Patrick aus Spongebob nein ich bombe ach Mist jetzt habe ich keine Bomben mehr die Kugeln ach man ach man ach ich laufe da auch noch rein ich backen ach ich glaube ich sterbe gleich was war das denn das ist ein Auge nein ach ich bin an einem Auge gestorben ja wie lange nehmen wir schon auf ok ich würde mal sagen das war es dann für heute und wenn euch das letzte Play gefallen hat dann könnt ihr es mir in die Comments schreiben und das Video positiv bewerten über ein Abo würde ich mich auch freuen Ciao Ciao